Und die geht automatisch? Nein. Okay. Cool. Ja. Okay. Geil. Man sitzt halt schön hoch, muss ich sagen. Das ist geil. Schepper, schepper. Jetzt rückspieße ich mal auf. Kommt nicht viel, ne? Also wenn du mit einem 360 PS Gelenkzug fährst und in den Kickdown-Modus gehst, halt der Schwede. Da passiert ein bisschen mehr als bei dem Ding. Vielleicht kann es auch daran liegen, dass der einfach ein bisschen... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich habe sonst keinen Vergleichmöglichkeiten. Und sie? Telefon. Ja. 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 Da geht was. Da geht was. Lass mich daher nochmal dich anrufen. Ich kann dir selbst noch sagen, wie wir es machen. Echt cool. Hallo Schwede. Wahrscheinlich erst am Monat oder Dienstag, weil der hat die Teile immer noch nicht da. Der hat die Teile immer noch nicht.